Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich werde immer wieder gefragt, Original-Akkus oder Drittanbieter-Akkus für Kameras? Und ja, was soll ich sagen? Also vielleicht erwartet man jetzt von mir, dass ich sage, nur Original, nur Original. Ne, ist aber nicht so. Meine ganz klare Empfehlung sind Drittanbieter-Akkus. Warum? Naja, ganz einfach. Ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe bis jetzt noch nie ein Problem gehabt. Alle meine Akkus, die ich mir zusätzlich gekauft habe, egal ob für die 6D Mark II, ob für die EOS R, ob für die M50, sind alles durch die Bank weg Drittanbieter-Akkus, die ich bei Amazon gekauft habe. Und teilweise auch von unterschiedlichen Herstellern. Und ja, also ich kann nur sagen, ich persönlich habe damit extrem gute Erfahrungen gemacht. Und selbst wenn die Akkus möglicherweise nur 80 oder 90 Prozent der Leistung eines Original-Akkus bringen oder leisten können, das ist mir ziemlich egal. Weil die Akkus kosten in der Regel ungefähr die Hälfte vom Original-Akku, manchmal sogar noch weniger. Und dann kann ich mir auch zwei oder drei davon kaufen und habe halt einfach genug Akkus da und muss nicht riesig viel Geld ausgeben, weil meiner Meinung nach die Original-Akkus schon relativ teuer sind und eben auch nicht signifikant mehr leisten. Man sollte jetzt wahrscheinlich nicht auf jeden billigen China-Schrott springen und den in seine Kamera stecken. Das kann auch Probleme geben. Mit Sicherheit kann ich mir vorstellen. Ich habe auch schon viele schlechte Dinge gehört, aber selbst habe ich einfach noch nichts in der Richtung erlebt. Und ich kaufe, wie gesagt, meine Akkus alle bei Amazon. Und da gibt es eine Handvoll Hersteller, die ganz vertrauenserweckend sind. Und wie gesagt, ich habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Ich kann euch ein paar von meinen Akkus unten verlinken. Ob die immer in jeder Situation perfekt sind, kann ich nicht beurteilen. Aber wie gesagt, ich wurde gefragt, ich habe geantwortet. Meine Erfahrungen sind durchweg gut. Wie sieht es bei dir aus? Benutzt du ausschließlich Original-Akkus oder hast du Original- und Drittanbieter oder kaufst du ausschließlich Drittanbieter-Akkus? Wie hältst du es damit? Und sag mir mal deine Meinung. Schreib mir das mal in die Kommentare unten rein. Jetzt habe ich noch eine kleine Ankündigung. Nicht vergessen, am Sonntag gibt es einen Livestream und zwar ein Q&A, also eine Frage-Antwort-Session. Da könnt ihr mich alles fragen, was ihr wollt zum Thema Fotografie und weiß der Teufel was. Ich werde alle Fragen beantworten, außer die Fragen, auf die ich keinen Bock habe. Nein, aber ganz im Ernst, ihr wisst, was ich meine. Natürlich kann ich fragen, die ich nicht beantworten kann oder die ich nicht vernünftig antworten kann. Auf die werde ich natürlich auch nicht irgendeinen Humbug antworten. Ja, aber ansonsten, ihr könnt mir alle Fragen stellen, alles was euch so zu dem ganzen Themenkomplex interessiert. Und dann wird es noch ein Update und eine wirklich dicke Überraschung zum Thema Online-Video-Kurs Fotografieren lernen kompakt geben. Das solltet ihr euch echt nicht entgehen lassen. Sonntag, 19 Uhr, Livestream hier auf diesem Kanal. Seid dabei, wir sehen uns dann. Macht's gut. Ciao.